So Leute, wir sind hier in den letzten Atemzügen. Um 24 Uhr soll ja die Beta, glaube ich, aufhören. Ich weiß jetzt aber nicht genau, ob es 24 Uhr ist. Es ist jetzt kurz vor, ich glaube ein Viertel vor oder so. Max Level 30 wurde heute nochmal erhöht. Ich probiere es noch zu erreichen, damit ich dann, wenn die Vollversion rauskomme, direkt bei 30 starten kann. Soweit ich das weiß, übernimmt man hier alle Stats. Ich habe auch ein paar Waffen schon auf Max Level 25 und ich rocke zur Zeit einfach alles. Ich hoffe jetzt, wenn ich aufnehme, bleibt das so, damit ich euch noch ein, zwei coole Runden zeigen kann, was ich so gelernt habe bisher. Ich würde mal sagen, let's go. Ich habe hier die AUG und will die ein bisschen hochleveln. Ihr seht das hier, die habe ich noch auf 18. Max Level ist 25. Und dann spielen wir auch hier mit der AUG. Welche Map ist das? Ja, kann man sich mal gönnen. Da würde ich mal sagen, rein in die letzten Minuten der COD Beta. Und mal gucken, ob wir es noch auf Level 30 schaffen. Let's go. Wenn ihr mein Movement seht, von den ersten Videos bis jetzt, ich habe eben doch sehr viel gelernt, würde ich sagen. Das war schlecht. Das war schlecht reingehämmt, aber egal. Direkt auf mich auf den Platz geschoben. Drei Kills hintereinander. Let's go. Oh, hab ich mich gerade erschrecklich. Null. Das war sein Laser. Ich höre sehr viele Schritte. Schade. Ah, da links. Egal. Erster Platz. Gefestigt. Es waren nochmal drei Kills hintereinander. Schönes Streak aufbauen. Ihr seht das, wie viele Kills man braucht. Diese Punkte, das sind die Kills rechts. Um halt die erste Rakete frei zu geben. Oh, ich habe auch schon Spezial-Sachen freigeschaltet. Ihr seht das, jetzt habe ich Spezial-Munition. Die macht übelst mehr Schaden. Ich brauche weniger Schüsse. Wow. Das war dumm von mir. Sehr, sehr dumm. Egal. Erster Platz. Ganz souverät. Ich habe auch die letzten vier Spiele umgelogen gewonnen. Mein bestes Spiel, Leute. Ich habe ein Screenshot gemacht. 31, 4 Stats. 31, 4. Ich hatte also knapp die Hälfte aller Kills. Man hat auch ja 75. Die bei Testmatch. Das war echt geil. Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Wir kriegen gerade richtig auf die Fresse. Wir haben echt geführt mit 10 Kills. Jetzt steht es unentschieden. Ich kriege jetzt auch keinen mehr. Mann, immer von hinten, Alter. Immer die gleiche Scheiße. Was ist denn hier los jetzt? Fiel noch so gut an. Weiter, jetzt konzentriere dich. Ich höre hier doch schon wieder Schritte. Das gibt es doch nicht, Alter. Wenn ich aufnehme, verkacke ich. Ja, klar. Noch Zweiter und so weiter. Aber die muss ich wegmachen, diese Noobs. Die können gar nichts. Jetzt liegen wir echt zurück, wenn meine Kills fehlen. Hä? Ich höre das jetzt gerade so komisch. Nee, ich krieg nichts gerade hin. Schade eigentlich. Ich dachte, ich kann nochmal ein fettes Video hier machen. Jetzt geht's ab hier, die Party. Oh, hab ich mich gerade erschreckt, Alter. Ja, ich bin immer erster, ich bin immer erster, immer. Da geht's grad nicht. Ich muss mal ne Flash drüber. Kommt wieder da drin, wie ne kleine Nutte, wie seine Mutter. Alter, wenn ich sie abends nehme, die kleine Uhr. Immer schön im Kellog, ne? Schön auch immer Tratze. Königsmüter, ja, 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 aber. Verpissst du euch jetzt? Ah, jetzt krieg ich ihn wieder nicht. Doch, krieg ich ihn. Oh, ich dachte, dass wir wieder... ...nach kurz meine Spezialmonie rein. Oh, das ist Knallen, Alter. Ja, so will ich's haben. Oh, da ist noch einer. Wuhu! Oh nein! Von hinten! Mann! Wieder mal einen Strike nicht bekommen. Ein Kill hat noch gefehlt. Dem gebe ich mal kurz ne Schelle. Ja, wir führen aber wieder. Ah, meine Kills. Die sind so immer wichtig. So, für euch mach ich jetzt noch ein Dick-Skill hier. Biss mal auf. Oder auch nicht. Okay. Boah, genau. Er hat getroffen. Ich hab getroffen. Genau jetzt hat... Hat zum ersten Mal mal geleckt in diesem Game. Das Game läuft wirklich für ne Beta. Läuft das mega geil hier. Oh, da hinten sind sie alle. Sie sind das auch immer da. Das ist schade. Ja, noch fünf Kills. Easy win. Let's go, boys. Let's go, boys. Let's go, boys. Guck ihn dir an. Wow, er macht sofort Pre-Aim. So, wie ich bei seiner Mama Pre-Aim mache. Ins Gesicht. Jawohl! Da hast du dein Pre-Aim. Haha! Und ich mach den letzten Kill. Uh, 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 uh. Geht's hier los? Ah, scheiße. Ich hab ihn da auch über den Bock. Ah, ich hab ihn fast gehabt. Loll? Null der Abs... Achso, es war eben nur ein Assist. Stimmt, dann ist gut. Oh, oh, oh. Ah, die Map, die Map, die Map, die Map gefällt mir nicht. Aber egal, weiter. Einer weg. Okay, wieder null Assist. Ne, 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 kleiner Blitz hier. Nachladen. Digga, ist das dein... Digga, ist das dein... Scheiß Ernst? Wo war das? Wo war das? Ich hab wieder keinen Überblick. Einmal mal ne Flash hochwerfen. Das war hier drin. Ja, und jetzt kommt da dieser kleine, lackende Bastard, Alter. Lacker, Mann. Du kannst gar nichts versagen. Der Bastard, Blackstorm, Bane, Alter. Schlafen. Zack, Flash rein. Woll, er lebt noch, oder was? Das gibt's doch gar nicht. Granaten. Tschüss. Doch, Assist, okay. Oh, da hat einer einen Heli. Das ist gar nicht gut für uns. Ich glaub nicht, dass das unser Heli ist. Ist er doch? Ne. Doch. Fuck. Kommt doch endlich. Alter, voll die Erschütterung hier. Gerade wenn ich aimen will, oder was? Boah, das war halt mal. Ah, nice, nice. Aber war nice Kills. War nice gemacht. Vier, fünf Kills waren das, glaub ich. Ne, vier waren's. Vier waren's. Ich hab meine Strike nicht bekommen. Meine Streak, oder wie auch immer. Höh. Hä? Oh, da oben war's. Ich bleib's hier. Oh, da oben war's. Ha, 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 nice. Der war mal nice, der Move. Der war mal richtig nice, Leute. Wow, 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 wow. Ich mit meinem Trackball, leider. Und dann laufe ich in so eine Claimor rein. Ah, Mann, schade. Das war ein richtig geiler Move von mir. Ja, dann hau ich die direkt raus. Ah, wenn die nix haben, dann sind die gerade in einem Gebäude. Ah, er ist auf dem Dach. Ja, ich hab den Gehl. Gut. Besser als nix. Oh, jetzt hab ich mich selbst geblä... Das war Luckshot. Das war mega Luckshot. Direkt meine Spezialmonie. Da kommt einer. Oh, jetzt hab ich gar nicht mehr gecheckt. Er ist voll in mich reingerutscht. Wow, wow. Aber Leute, das Game ist der Hammer. Ich muss es so sagen. Ich gewinne wieder. Ich glaub, das ist mein sechste, siebte Spiel in Folge. Wenn das so bleibt, natürlich. Ich muss etwas da sein. lebten sich weg mit einem Urenbook. Was ist das? Scheiße Oh, ich renne voll in die Granate rein Ich führ nur noch mit zwei Ja, weil meine Kills wieder fehlen Ey Leute, ich bin aber jede Und der erste Ey, das regt einem auf Jetzt habe ich gerade einen Fail Ich hatte sofort 16 Abschüsse Und jetzt gerade gar nichts Und genau die Fails fehlen gerade Hier kriegt er eine AE in Spawn Oh, ich schicke hier gar nichts Ah, er liegt allerdings noch hin Hups, die hatten Aber dann habe ich noch beide mitgenommen Schade Aber das waren jetzt wieder drei wichtige Kills Noch vier, noch drei Dann haben wir es gewonnen Komm, 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 komm Haut nochmal alles raus, was ihr habt Komm, den musst du haben, Junge Ja, wir haben gewonnen Und wieder erster Wieder erster, Leute Das ist KingKovic Dann ist ein paar Schade Jetzt ist er Und zu auf Los Buch